Okay. Was auch immer ich jetzt geöffnet habe. Es kann nicht sein, dass das jetzt nur ein leerer Rätselraum war. Also ja, da geht es hoch. Oh. Ich habe hier auf jeden Fall zugemacht. Amulet of Life. Davon habe ich schon eins. Energy Willpower. Null. Was machst du? Resist Fire. Oder kriegst du das hier noch? So. So. Achso, ich muss den Maus-Cursor free haben. Ja, ich booste. Ich habe gerade seinen Herb hochgeboostet. Was macht der Frost Cap? Den habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Kannst du den rechargen? Ich glaube, das muss man wirklich zweimal anwenden. Nein, es wird decharged. Immer noch. Jetzt ist es recharged. Äh, so. So. Was zu essen und Pflänzchen. Wer hat gerade so Hunger? Du hast Hunger. Und Boost ist nicht schlecht. so. Dagger. Gut. Hier ist jetzt auch offen. Was haben wir hier? Starboater. Von denen haben wir doch schon einen, oder? Mhm. Okay, der ist nutzlos. Und Fire Arrow. Eine von den Shuriken. Crossbow Craven. Ganz normaler. Ist auch nicht schlecht. Stein. Und eine frische Fackel. Jawohl. So. Das bringt mich nach oben, nach hierher. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo mein letzter blauer Kristall war. Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Da wäre einer. Müße ich aber den ganzen Weg hier rumgehen. Was eigentlich auch nicht so schlimm ist. Außer, dass ich hier nicht durchkomme. hier rum. Hier rum. Und da hinten müsste er sein. Genau. Sehr schön. Wir sind jetzt also erst mal safe. Das, was ich hier doch nicht mag, ist die creepy Musik, die gerade gekommen ist. Teleporter ignorieren wir. Brauchen wir gerade nicht. Weg nach unten. Weg nach oben. Wir sind jetzt auf vier, das heißt, äh, fünf, das heißt, wir kommen jetzt auf vier. Äh. Amadazia, northern entrance, Gaia portal, central command, tower to Amadazia. Beacon for the people, made the kings here as well. Ich hab dich gehört. Ich hab dich gesehen. Wow. Okay, so kann ich die ein bisschen taunten, verarschen, ärgern. Weil sonst könnte das arg böse enden. Genau das ist nämlich das Problem. Sie halten, äh, die, äh, die Kerle halten arg viel aus. Und ich glaub, sie können nicht gepurcht werden. Ähm. Könnt ihr theoretisch nachladen? Stimmt, ich kann dem neue Ladungen verpassen. Hey. So hat sie wenigstens was, womit sie schießen kann. Das Ding ist nämlich saumäßig mächtig eigentlich. Ich weiß nämlich halt nicht, ob ich mit dem Ding noch was anfangen kann, wenn's leer ist. Ich hör auf jeden Fall hinter der Tür ein. Oh, und ich lass ihn auch noch raus, ich depp. Nicht den bösen Typen hinter der Tür rauslassen, außer ich kann ihn bekämpfen. Also, außer ich hab den anderen Typen nicht mehr an der Backe. Okay, und der Zauber, also Perch Undead bringt gegen die Jungs gar nichts. Da ist noch anderes Viehzeug mit dir im Raum. Genau, das macht dir böse Schaden. Der ging daneben. Warum macht er gerade das jetzt so? Okay. Das war nicht richtig. Das wollte ich genau vermeiden. Wolltest du bitte kommen? Wolltest du bitte kommen? Uff. Das kann mit Deckvollchemie verändert werden. Das probiere ich einfach mal aus. Light, Missile, Enchant, Dark. Wo ist es denn? Neck will kill me. Into a Death Star. Okay. Kann ich die Beschaffenheit von dem Pfeil vielleicht ändern? Also, indem ich das hier mache. Geht das auch nicht. Okay. Ich habe noch zwei Schuss. Jetzt habe ich leider kein Mana mehr. Okay. Da geht es runter. Wo lande ich dann? Das ist doch praktisch. Das war falsch. Ich bin eigentlich hier lang. Das war der Falsche. Das war der Richtige. Okay. Das war der Richtige. Und wenn wir schon dabei sind. Pumpen wir auch mal unser Essen wieder hoch. immer noch nicht aktiv. So, hier muss ich wieder raus. So, und das heißt, ich muss da wieder hoch. Und dem Breitseite verpassen. Und dem Breitseite verpassen. Ich weiß, dass du da stehst. Ich weiß, dass du da stehst. Untertitelung des ZDF, 2020